Wir könnten dir jetzt hier erzählen, wie die Ausbildung bei Rosen schmeckt. Oder ein duales Studium. Wir könnten dir sagen, dass du bei uns gutes Geld verdienst. Oder bei unserem fetten Maschinenpark frei. Wir könnten dir auch sagen, dass du bei uns übernommen wirst. Das könnten wir alles raushauen. Machen wir aber nicht. Probier doch einfach selbst.